Hallo miteinander und herzlich willkommen zum Greener Gaming Let's Play Minecraft Da, ähm, im Part... Boom, nein, ähm... 17, nein, 18 15, 16, 17, 18, Quart, 18 Häh, hoffis Da, nehmen wir doch gerade nochmal einen auf Das heutige Motto Nein, nicht wirklich, egal Sieht echt auch gut aus Nein, nicht wirklich, egal, wo ist jetzt der, auch da Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht noch ein paar Böten oder so Dann könnte ich nachher mal so eine Tour machen vielleicht Es ist immer noch Nacht, weshalb ich nicht schlafen muss Nein, das ist viel zu übertrieben Gefällt mir nicht, mache ich nachher wieder weg Ah, wahrscheinlich off-screen Das ist schon unglaublich tief Ich... Ich raff's nicht, was das soll Egal Ich könnte... Hey, wieso bin ich so heiser? Kann mir da mal jemand erklären, bitte? Er ist превニfti Der Tag sieht ja mal geil aus Yup... Ironie Das ist grössend So, dass Dinge machen, so das Gitter könnte ich machen Ähm, da muss ich rausfahren, wüsste Dass sie sich nicht immer selbstständig machen Ohne meine Erlaubnis Kommt, stirb Kommt, du kommst nicht mehr so durch, überhaupt? Komm, schauen wir mal. Das sieht wirklich komisch aus. Irgendwie leicht. Wieso fließt das Wasser da hin und her, was läuft? Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? So ist gut, so fährt man raus. Und, nein, das wäre eigentlich auch blöd. Das sieht so eine extreme Strömung. Ah, ich vergesse es. Ah! 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 Wo muss der hin? Ach, ja egal. Hallo miteinander. Da bin ich wieder kurz offscreen. Ähm. Tag gemacht. Und. Und da den Fackel so hinsetzt, wenn ich es wollte. Und das Boot craftet. Oder zwei. Oder drei. Und. Und. Austestet hat etwa da funktioniert. Und jetzt mit der Scheiss passiert. Und jetzt komme ich gerade noch mühe. Und jetzt kommt es. Ah, das ist doch ja gar nicht gleich. Also, ich glaube, alle fallen kehren. Irgendwie. Ei. Er hat durfte eigentlich nur so rein. Nein, rein rein. Nein, 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 rein rein. Yes. Ah... Sehe ich auch so... Aber er läuft jetzt immer etwas blöd rum, he! Finde ich noch nicht ganz so... perfekt. Das sollte sein, wenn ich etwas bauen. Aber... Ja... Freshplate, habe ich nicht zu weh gemacht. Was ich will sagen, genau. Aber... Machen wir da noch einmal schnell noch eine Kiste hin, sorry. Kiste, Kiste, Kiste. Ähm... Spinny. Spinny? Wo hat es so eine Spinne? Moment, da können wir schnell schauen. Töten noch Spinnen im Wasser irgendwo? What the hell? Nein, da kann ich noch Spinnen auf Hausdach. Ähm... Wieder das gleiche, wie es mir immer passiert. Das ist mir das schon so manchmal passiert. Ich muss nach Hausdach ausleuchten. Sonst spawnen dort noch mehr. Ja, ich weiss. Mach ich jetzt aber nicht. Mach ich wahrscheinlich offscreen. Offscreen! Oh! Ich muss ein bisschen Blödes reinfallen. Bissi, Kiste. Keine Ahnung! Hey, willst du mich verarschen? Mein Almiusholz, zu diesem Zeug gemacht? Was ist das Fensers meine ich? Das gebe ich zwar in noch, aber... Äh? Nein, jetzt muss ich noch etwas Holz holen. Das kackte ich mich auch mal an. Okay, holen wir halt schnell Holz. Komm, ist ja nicht so weit dort drüber. Eigentlich ist es extrem nahe, ich komme mit Sprinten. Ist mir wirklich ziemlich schnell drin. Sagen wir 10 Sekunden, würde ich sagen, hätten wir. Es kommt einem höchstens etwas lang vor, aber es ist eigentlich voll nicht lang. Ähm, es sieht so aus, als würde ich im nächsten Part wieder mal... Nein, eben nicht im nächsten Part. Als würde ich off-screen wieder mal ein bisschen Holz sammeln. Ja, wieso ich weiss. Komm ran. Da blöde Hund auch. Kann ich auch noch. Ich will nicht etwas machen. Damit. Da reicht vielleicht wieder nicht. Wieviel machen wir mal. Genug. So, ich habe gesagt, ich will jetzt eine Brücke machen. Dann machen wir doch das auch. Und nachher, ja. Eben, jetzt ist nochmal meine Frage, soll ich... Da eine gemischte Tierfarm machen, oder? Oder... Hey, wieso... Was läuft? Sorry. Ich weiss alles, was bei hat. Ausser Tischstuhl und sonst irgendetwas. Ja, genau. Irgendwo in dem Fluss braucht so eine... Vergrösserung, weiss, was so... Sehartig wird. Das ist ein bisschen zu viel, glaube ich. Moment. Ich hoffe ich nicht zu viel, aber am falschen Ort. Ist eigentlich schon noch gut. Dann... Ist das schon relativ gut. Dann... Ist das schon relativ gut. Wie machen wir diese Brücke drüber? Würde ich schon sagen. Geh weg da! Es ist egal. Die haben wir da auch noch. Das ist ein bisschen blöd. Da ist auch ein bisschen dumm so. So vielleicht. Da habe ich noch irgendwo ein Fackel hier. Genau mit Fensters könnte ich auch noch ein bisschen Zeug schmecken da. Egal jetzt. Nicht jetzt. Hoffentlich geht es auch irgendwie auf. Wir bekommen es zu hoch schon, oder? Ah! Ah! Logo! Ich finde doch dumm. Ich kann gar keinen solchen Stegen machen. Die Brücke meine. Und ich kann sie aber nicht höher machen. Okay. Der Farm. Das ist voll blöd. Aber es sieht noch... Die haben glaube ich noch Spass da an dem Zeug. Dann mache ich es halt einfach so. Okay. Ich muss ein wenig Einschränkungen haben. Ich habe die Hühnerform vielleicht auch nicht da sollen. Man kann werden schon tiefer runter. Aber jetzt habe ich eben schon den Fluss. Und auch. Und... Der hat er poppet die ganze Zeit. Da muss ich auch etwas machen. Da muss ich auch irgendetwas machen. Das... Das Zeug... Das habe ich jetzt nicht wollen. Das... 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 Ein bisschen... Besser aussieht. Zum Beispiel... So etwas... Moment. Leicht. Dann... Ich nehme dich hoch. Ist dann irgendwie dort so etwas? So vielleicht? Und dann da bis da über? Oh, da steff dich. Das ist hart. Schon gut so irgendwie. Ja, gut schon. Weisst du, dass das hier schön passt? Ja genau so. Das ist aber voll blöd so. Weisst du, wenn es so gerade am Boden ist? Da sieht man gar nicht wirklich, dass es darunter noch etwas wäre. Sieht der nicht aus wie ein Barock. So. Da machen wir es auch anders. Da hat es ja noch gar kein Wasser darunter, darum müssen wir es hinterher. Das sieht jetzt ein wenig besser aus wahrscheinlich. So. Und da. So. Musst du holst die Zeug jetzt rein. Ja, alles hier und rein. Super. Egal. Ich habe da noch Fenster. Aha. Das sieht komisch aus so. Ich würde nur oben drauf sagen. So. Und da. Das sieht ganz dumm aus. Aber Artig sieht das schlecht aus. Und wie. Und wie schlecht das hier ausgesehen ist. Das ist schlimm. Und da kann man es fast nicht mehr übertreffen Ich weiss, ihr werdet es irgendwie schaffen, da über das Treffen, aber... Ach, ich feile so viel Ja... Ja... Wieso... Mama... Und da schwannst du wahrscheinlich wieder alles Zeug unters... Wieso mache ich das überhaupt, das sieht ja wirklich blöd aus Kein, es geht zwar noch, so schlimm ist es gar nicht Wenn es schon symmetrisch ist Ich hätte mir vorstellt, dass es da noch geil ist So... Und dann gleich noch die Seite noch und dann noch schon beleuchtet Irgendwie... Nicht irgendwie, sondern einfach so... Ja... Genau... Ich brauche mein Zeug, das hat es doch da unten geschwemmt... Kann ich mit Taschen? Ich meine, jetzt hat mein Holzzeug da hinten geschwemmt... Es hat doch da Zeug... Ah, jetzt habe ich wieder etwas gehört... Gut... Und ich könnte ja zum Teil noch... Tiefer machen, das sieht etwas geiler aus vielleicht... Ja, egal... So, jetzt reicht es gerade... Dann machen wir hier noch etwas tiefer... Am besten nicht im Wasser stehen... Selber... Geh weg, geh weg... Wohin... Wollt sterben? Hör ab! Geh weg, geh weg... Hör ab! Hör ab! Ach, komm... Und dann Würde ich sagen Würde ich sagen Ich würde auch noch ein bisschen Zeug Und was ich dann noch Ja was ich dann noch Ich will machen weiss ich noch nicht genau Aber der Part ist jetzt auch fertig Würde ich sagen Tschau zusammen Bis im nächsten Part Wir gehören sich Und ja Peace Peace